Ja, hallo und willkommen meine Freunde zu einem neuen Let's Talk Video, beziehungsweise wird das auch ein kurzes Infovideo. Ich habe ja im letzten Let's Talk Video erzählt, dass ich den DeLorean bauen werde. Daran wird sich nichts ändern, aber der Bau des DeLoreans wird nicht auf meinem Modellbaukanal stattfinden. Ich habe mir überlegt, da ich die Hefte jede Woche bekomme und jede Woche ein Video dazu mache, wäre es für mich sehr umständlich, zwei Kanäle gleichzeitig zu betreiben. Deshalb habe ich mich entschlossen, wie gesagt, den Bau des DeLoreans hier auf diesem Kanal zu zeigen. Das ist für mich einfacher und außerdem passt es auch zum Thema Filme, denn der Modellbaukanal ist nur für Sachen eigentlich, die nichts mit Filmen oder Ähnlichem zu tun haben. Ich hoffe, mir wird das nicht übel und ihr seid mit dabei, wenn ich diesen DeLorean baue. Es macht wirklich Spaß, ich habe ja schon die ersten Teile zusammengebaut und ja, ich hoffe, wie gesagt, euch gefällt auch diese kurze Geschichte. Alles andere geht weiter, wie gehabt. Wir haben die Transformer Reviews, auch wenn die jetzt ein bisschen zurückgefahren werden, da ich ja momentan nicht so viele neue Figuren erstanden habe. Aber es gibt weiterhin Transformer News und auch noch Reviews von anderen Sachen, aber trotzdem kommt jetzt erst mal dieser DeLorean und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Spaß daran und ja, das wollte ich eigentlich nur loswerden. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.